So, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal weiter mit unserer kleinen Runde ab durch alle Champions des neuen TFT-Sets. Und zwar gucken wir uns heute mal alle Fawkes Champions an. Ja, einmal ganz kurz, was haben wir hier? Wir haben einmal Chogath, Fiss, Irelia, Jyn, Jinx, Kale, Soraka, Velkos und Wukong. Ja, fangen wir auch gleich an mit Chogath. Ja, Chogath hat ein ziemlich nice Ulti. Sie hat eher eine sehr große Range, macht nicht ganz so viel Damage, aber trifft halt fast alle Champions und ist halt ein fetter Knock-Up. Die Knock-Up Duration sind halt zwei Sekunden, das ist gar nicht so schlecht, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und der Damage, wenn man ihn hochlevelt, der geht ein bisschen hoch, aber man muss ja auch dran denken, ich meine 100 Schaden an jeder Unit, die er trifft. Also können das schon mal 1000 Schaden sein oder knapp 1000, sind vielleicht auch 800 oder auch nur 500, aber das ist gar nicht so wenig overall. Aber der Schaden steht hier auch nicht unbedingt im Vordergrund. So, als Traits hat er auf jeden Fall Void und das ist ganz cool. Ich weiß noch nicht genau, wie man das dann später benutzen wird, weil das ein bisschen tricky ist. Du bekommst halt einfach, wie es da steht, halt True Damage, also alle Void Champions machen aber True Damage. Nur die Void Champions an sich haben halt keine weitere Synergie. Also Chorgath ist halt ein Brawler, das gucken wir uns gleich noch an. Kha'Zix ist halt ein Infiltrator, hatte ich in einem anderen Video schon erwähnt. Könnt ihr euch auch nochmal angucken, das findet ihr da oben. Dann Velkos ist ein Sorcerer, das heißt, das ist alles so ein bisschen schwierig. Aber ich denke mal mit Void kann man trotzdem gut arbeiten, weil True Damage ist halt einfach not bad. Ja, er ist noch ein Brawler. Brawler sind einfach so eine Tank Units, die bekommen einfach, umso mehr Brawler sind, umso mehr HP halt. Bei zwei bekommen sie 300 HP jeweils. Und bei vier 750. Genau. Brawler sind auch ganz cool, die kann man ganz gut spielen. Die Synergien intern sind jetzt nicht wirklich da, aber die Brawler-Synergie mit anderen Sachen ganz gut. Also kann man schon mal zwei reinpacken, so Chorgath Blitzcrank ist auch noch Krono, das ist ziemlich nice. Also Krono ist ja Attack Speed fürs ganze Team, damit kann man schon was machen. Kommen wir zu Fizz. Fizz hat auf jeden Fall seine Ulti aus einem normalen Game. Zumindest fast so wie im normalen Game. Also er schmeißt einfach einen Köderfisch, einfach irgendwo ins Feld. Die targetet nicht irgendwie einen oder so, sondern irgendwo ins Feld. In die Nähe von Champions. Und da macht er dann halt 300 an jedem Champion oder 500. Und Stunt halt für 1,5 Sekunden, das ist auf jeden Fall gar nicht so bad. Also das macht schon ganz guten Schaden, aber der Radius ist zum Beispiel halt deutlich kleiner als bei der Chogath Ulti. Er hat als Synergies den Mecha-Pilot. Das ist ziemlich cool. Das ist halt dieses, wo sich die drei Mecha-Piloten, Annie, Fizz und Rumble, wenn sie halt zusammen in einem halt drinnen sind, dann transformieren die sich halt zu einem riesigen Mecha. Ziemlich nice, ziemlich stark. Kann man auch viel mitmachen. Ja, wie das dann halt später im Spiel wird, also ob das dann halt so stark ist oder nicht, das kann man nicht ganz ehrlich sagen. Also auf dem PvE ist es auf jeden Fall so, dass relativ viele Leute spielen. Ist auch ziemlich cool. Kannst du viel mitmachen, aber kann auch hart gecountert werden, weil wenn halt einer von einem C4 hochgeschmissen wird, dann sind die auf jeden Fall halt voll im Arsch, weil dann die Transformation nicht funktioniert. Also sobald halt einer im Early-Game gecalfiert wird oder so, dann funktioniert das Ganze schon nicht mehr. Also Counterplay ist auf jeden Fall da. Ja, ist noch Infiltrator. Das ist halt auch ganz cool. Das sind halt die neuen Assassins. Hatte ich aber schon erwähnt. Könnt ihr euch mal in einem Video angucken. Bekommen immer mehr Attack-Speed am Anfang der Runde und wenn man später vier hat, dann halt auch noch bei jedem Takedown. Irelia. Irelia ist auf jeden Fall einer der Carries im neuen TFT-Set. Also sie wird auf jeden Fall, oder zumindest ist es so gedacht, dass sie eine Carry-Rolle einnehmen wird. Ihre Ultimate ist ihre Coup aus einem normalen League-Game. Ich weiß gar nicht, so spielt ihr normales League, die halt diese Videos gucken. Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall jumpt sie halt hin und her. Der 175% des ADs werden halt Schaden gemacht. So. Genau. Und das Ding ist, das wird halt resettet, wenn sie DG-Inner tötet. Ja, und sie springt halt auch immer auf den Gegner mit dem höchsten Mana-Pool in der Nähe. Das wird dann interessant, wenn man halt mit ihrem Mana-Reaver spielt. Kommen wir gleich zu. Erstmal zu Cybernetic. Das hatte ich ja schon erwähnt. Die bekommen einfach mehr AD und Leben, wenn man halt mehr drinne hat und ihnen jeweils mindestens ein Teil-Item oder ein ganzes Item gibt. Ansonsten bekommen sie halt diesen Trade nicht. Das ist halt die Bedingung, die daran geknüpft ist. Ist aber ansonsten auch ziemlich stark. Wie gesagt, die meisten der Sachen waren halt schon im anderen Video zu den 5-Cost-Units. Könnt ihr euch gerne mal angucken. So. Mana-Reaver. Das ist halt auch ganz cool. Hatte ich auch schon kurz erwähnt. Das ist halt so. Da weiß ich noch nicht ganz, ob das stark ist oder nicht. Also bis jetzt habe ich das Gefühl, dass es noch nicht sonderlich stark ist und auch nicht so viel gespielt wird auf dem PB. Also es ist einfach, dass der erste Tag, wenn man zwei hat, dafür sorgt, dass der Mana-Pool des getroffenen Champions 40% höher wird. Also das ist halt wie bei Poison im jetzigen Set oder im alten Set, je nachdem, wann ihr es guckt. Und dann halt noch bei vier sind halt einfach jeder Tag. Also wenn man Mana-Reaver spielt, sollte man wahrscheinlich auf alle gehen, weil das lohnt sich deutlich mehr, bin ich der Meinung. Weil sonst halt immer nur ein Auto-Tag ist halt so. Ja, oder man nimmt halt irgendwie zwei rein, weil es passt, dann kann man es denke ich mal auch machen. Ja, Blade Master habe ich schon erwähnt. Das ist halt auch ganz nice. Das ist halt einfach so ähnlich wie damals. Nur, dass sie jetzt halt eine bestimmte Chance haben, zweimal anzugreifen. Also das ist zum Beispiel, sie greifen an, dann triggern sie das, greifen sie zwar schnell an und dann greifen sie wieder normal an. So läuft das dann. Ja, bei Reha, ganz cool, wird wahrscheinlich ein Hyper-Carry sein. Auf ihr sind solche Items wie Bloodthirster und QSS und so ganz cool. Deswegen, also wegen ihr musste auch QSS genervt werden, weil einfach ihre Ulti zu stark war und durch Bloodthirster und QSS zum Beispiel war sie einfach nicht mehr killable. Also sie war einfach die ganze Zeit hinterher gesprungen, ist nicht gestorben und weil, ja, deswegen musste QSS ein bisschen genervt werden. Auch dazu schon Video, guckt euch einfach die Playlist dazu an. Kommen wir zu Jhin. Jhin ist auf jeden Fall eine ganz coole Unit. Er hat einfach seine passive, als passive Fähigkeit hier in TFT. Und zwar hat er halt, also wandelt er Attack Speed in Damage um. Also 1% Attack Speed werden halt in 8 Attack Damage umgewandelt. Das ist schon ziemlich stark, muss ich sagen, gerade wenn du das mit Krono zum Beispiel kombinierst. Und jeder vierte Auto-Attack macht zusätzlich einen Attack Damage. Ähm, ja genau. Auf Stufe 1 244 und dann 344. Das ist schon ziemlich stark und die böllern auch ganz schön rein, die Auto-Tacks. So, jetzt kommen wir zu den Traits, weil die sind eigentlich auch ziemlich cool und zwar Darkstar. Damit kann man quasi einen Champion übelst krass pushen, also über Zeit. Und zwar ist es so, dass jedes Mal, wenn ein Darkstar-Champion stirbt, dann gibt er quasi einen Buff an den nächsten Darkstar-Champion. Und zwar bekommt er halt 50% Increased Damage. Wenn der dann wieder stirbt, gibt er halt diesen Buff sein und halt noch einen weiteren Buff halt an den nächsten. Und so wird der Buff immer weitergegeben bis an den letzten Darkstar-Champion, der halt da ist. Und wenn Jinhai ganz hinten in der Ecke steht, ist es natürlich geplant, dass er das quasi ist. Und dann kann das schon mal ganz schön viel Damage werden. Auch bei 6 wird es halt 80% Increased. Genau. Sniper ist auch noch ganz cool. Ähm, das macht einfach 12% Increased Damage. Äh, für jedes Feld, was, also für jedes Feld Entfernung zwischen dem Angreifenden und dem, äh, Angegriffenen. Das ist halt auch ganz cool. 12% pro Hex, das ist ziemlich viel. Gerade Jyn und Caitlyn halt und Ash haben halt eine relativ hohe Range. Das heißt, das lohnt sich bei denen natürlich, logischerweise, sonst wäre es ein bisschen dämlich. Kommen wir zu Jinx. Jinx hat die Passivität, die sie auch im richtigen League hat. Und zwar jedes Mal, wenn sie bei einem Takedown hilft oder halt jemanden takedownt, dann bekommt sie Bonus-Attack-Speed. Und zwar auf jetzt zwischen 60 und dann 75 Bonus-Attack-Speed. Und das ist eigentlich ziemlich nice. Dadurch kann sie ganz schön den Attack-Speed-Wert erreichen. Und ja, als Tracer, sie hat Rebel. Das ist halt, ja, bei Rebel bin ich auch noch nicht ganz sicher, wie gut ich das finden soll. Werden wir dann sehen, wenn es auf den Live-Servern ist, wie die Leute das so spielen und annehmen. Das hatte ich aber auch schon erklärt. Die bekommen einfach, wenn sie geklumpt sind, ein Shield und Bonus-Attack-Damage. Oder Bonus-Increased-Damage allgemein. Bei 3 halt 125 und 10% Increased-Damage. Und bei 6 200 Health und 12% Increased-Damage. So. Und Blaster. Blaster hatte ich auch schon erklärt. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das ist halt, ähm... Bei jedem 4ten Out-Attack machen sie halt 3 zusätzliche Attacks oder 6 zusätzliche Attacks. Das Ding ist, dass es jetzt nicht so wie bei Blademaster oder so, dass sie halt einmal schießen und dann halt einfach 3 mal hinterherhauen. Sondern sie schießen halt. Und beim 4ten Out-Attack dann spreadet so eine Wave von kleinen Laserstrahlen nach vorne. Sieht ein bisschen aus wie die Star-Wars-Laserstrahlen in blau. Ähm, und die sind, also genau, und die, die getroffen werden davon, das triggert halt auch Onits und so. Ja, aber das, also man denkt halt zuerst, dass das halt so wie bei Blademastern ist, aber das ist halt nochmal ein bisschen anders. Ja, kommen wir zu Kayle. Kayle ist auch, ja, ich sag's halt, aber die Champions sind eigentlich alle ziemlich cool. Gerade Kayle macht auch ziemlich krassen Damage. Und zwar ist es halt so, dass sie, wenn sie einmal ultet, ist es halt so wie bei Olaf im alten Set, dass sie dann halt, ja, aufsteigt. Und dann macht sie halt Flächendamage Out-Attacks und bekommt halt dann auch noch On-Hit Magical Damage drauf. Und zwar 125 beziehungsweise 200. Ja, das ist halt ziemlich krass und damit ist sie auf jeden Fall auch richtig zu, also zu sehr kranken Schadenswerten in der Lage. Also das ist wirklich doll. Das ist ziemlich cool. Auch gerade mit Blademaster, hatte ich ja schon erklärt. Und Valkyrie, ein anderer Trade von ihr, der ist auch ziemlich cool. Das ist einfach, dass sie unter 50% des Lebens kritten sie einfach immer. Das ist auch ziemlich nice. Auch gerade mit Miss Fortune kann man das im Late-Game ganz gut kombinieren. In einem Early-Game ist das mit Kai'Sa auch kein Problem, weil sie halt eine Two-Quest-Unit ist. Das ist halt schon ziemlich nice und kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Gerade in der Blademaster-Compo oder so kommt das ganz gut. Ja, kommen wir zu Soraka. Soraka ist ein, ja, wie im normalen Spiel, ein Heal-Boat quasi. Sie, wenn sie ultet, heilt sie einfach das gesamte Team. Für 300 auf erster Stufe und für 450 auf zweiter Stufe. Ist ganz nice. Ich habe schon gesehen, dass das ziemlich krassen Unterschied machen kann. Wenn du dann gerade bei Flächendamage-Comst, die werden damit halt ein bisschen gecountert, so. Weil halt das ganze Team nochmal ordentlich lebend wiederkriegt. Als Trade hat sie auf jeden Fall Star Guardian. Das ist halt ganz cool. Das ist halt so, dass wenn ein Star Guardian-Unit ultet, dann bekommen alle anderen Star Guardian-Units einen bestimmten Mana-Wert. Auf Stufe 3, äh, bei 3 Star Guardians 30 Mana und bei 6 Star Guardians 60 Mana. Das ist auch ziemlich stark, aber in der Regel, glaube ich, spielt man nicht auf 6 Star Guardians, sondern eher auf 3. Weil du bei 6 Star Guardians nicht mehr so gute Synergien intern hast. Bei 3 Star Guardians kannst du mit Ari, Syndra und Zoe halt schon 3 Sorcerer dazu haben. Was ziemlich nice ist und da kann man so auf Star Guardian-Sorcerer gehen. Wir können aber gerne auch nochmal später alle verschiedenen Coms, die man so spielen kann, nochmal durchsprechen. Da gibt es nämlich so einige Sachen, die sich jetzt schon rauskristallisiert haben, die ziemlich stark sein werden. Ja, und Mystic hat sie auch noch. Das ist halt einfach wie im alten Set auch. Man bekommt einfach einen Flatten-Magic-Resist-Wert für das ganze Team. Ja, ist ziemlich gut, um halt bestimmte Sachen zu countern. In manchen Situationen kann man also drüber nachdenken. Kommen wir zu Vakos. Vakos ist halt auch eine Unit, die zu krassen Schaden auf jeden Fall in der Lage ist. Seine Ulti ist halt, dass er, das ist wie seine Ulti im normalen Game, dass du, er schießt halt einen Laser nach vorne. Aber es ist nicht so, dass er halt irgendwie nur nach vorne schießt, sondern er macht quasi so einen Slide über eine bestimmte Gradzahl. Ich weiß nicht genau, wie viel Grad das sind, aber er slidet halt einmal so rum und lasert halt einfach alles, was da drin ist. Und das macht schon ziemlich krassen Schaden. Und zwar macht er halt 450 Damage auf der ersten Stufe und 600 Damage pro Sekunde. Und das halt 2,5 Sekunden. Das heißt, wenn halt da eine Unit relativ lange drin steht, so maximal zum Beispiel auf der Stufe, können die dann halt schon mal einfach, warte, 1600 Damage kriegen und 1500. Ah, 1500. Aber, ja, also das ist schon ziemlich gut, gerade wenn man das mit Void kombiniert, kann das zu guten Damagewerten kommen. Und vor allem, wenn man das mit 2,5 Sekunden kombiniert, weil, naja, 20% Spell Damage ist halt mehr, aber wenn du spätere Werte hast, gerade so bei 80% Spell Damage, dann sind das statt 1500 schon mal fast 3000, wenn du ihm noch ein AP Item gibst. Das ballert schon ganz schön rein. Ja, kannst du nicht sagen. Und so einen großen Mana Pool hat er mit 80 auch nicht. Also das geht wirklich. Er ultiert teilweise zweimal im Fight. Das ist schon definitiv möglich. Kommen wir zur letzten Unit und das ist Wukong. Das ist halt eigentlich ganz cool, weil sie haben jetzt im neuen Set mehrere Units, die halt einen Tank Trade haben, aber nicht unbedingt hauptsächlich Tank sind. Wie zum Beispiel Wukong. Der hat halt zwar einen Tank Trade mit Vanguard, kommen wir gleich aber noch zu, aber zunächst einmal seine Ulti. Und zwar ist die, wie im normalen League, das sag ich jetzt mal ganz schön oft, aber irgendwie ist das bei den Vorkursion jetzt irgendwie die ganze Zeit so. Ja, und zwar geht er quasi halt hart rein, spinnt richtig krass umher mit seinem Stab und schmeißt alles nach oben, was er zum ersten Mal trifft. Also er spinnt für 3 Sekunden und jeden Champion, der er zum ersten Mal trifft, wird er für 2 Sekunden hochgeschmissen. Das ist ziemlich schade. Es macht aber dafür nur so moderaten Damage. 250, 450, das ist okay, aber es ist halt auch über die ganze Zeit. Also es ist halt, über die ganze Zeit macht er 450 Damage oder 250 Damage und er bewegt sich halt dabei. Das heißt, er verteilt den Schaden zwar ganz gut übers Team und stunnt auch alle, aber meistens kommt der Damage halt nicht ganz durch. So, und zwar kommen wir jetzt zu den Traits. Einmal Chrono, hatte ich ja schon erklärt. Einmal das ganze Team bekommt Attack Speed, je nachdem wie viele Chronos man hat. Alle 4 Sekunden bekommt das das ganze Team. So, und Vanguard. Und Vengards kriegen einfach flatten Amorwert. So, das war's dann auch schon mit den 4-Cost-Units. Ich hoffe mal, dieses Mal hat sich das Video nicht ganz so lange gezogen. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Lasst gerne mal einen Kommentar da, was ihr so von den 4-Cost-Units haltet. Ob ihr die besser findet als im letzten Set oder sogar schlechter. Ich persönlich finde es hier ganz cool. Vielleicht sogar ein bisschen besser als im letzten Mal. Gerade so Chogar finde ich cool. Kayle ist auch noch nice. Ja, an sich sind fast alle cool. Jinx finde ich jetzt nicht so nice. So Raka, Fispen. Aber der Rest ist eigentlich ziemlich nice. Ja, dann, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und haut rein.